Lieber Professor Zernikow, liebes Team des Kinderhospiz Datteln, erst mal von meiner Seite aus ganz ganz herzlichen Dank. Dank dafür, dass Sie in den letzten zehn Jahren so viele Familien mit Ihren Kindern und den Geschwisterkindern in ganz schwierigen Zeiten begleitet haben, dass sie ihnen wieder Mut gegeben haben, dass sie ihnen zugehört haben, dass sie da waren, um Wünsche zu erfüllen und ihnen auch die Kraft zu geben, dass sie mit den Kindern auch wieder zu Hause leben konnten. Es war richtig, vor zehn Jahren das Kinderpalliativzentrum zu gründen und ich bin froh, dass ich dabei sein durfte und den Dank verbinde ich damit, dass ich mir wünsche, dass sie noch viele, viele Jahre genau diese wichtige Arbeit weiterführen können und dass ihre Empathie und ihr Verständnis für Familien und Kinder ist für diese Gesellschaft unheimlich wichtig. Vielen, vielen Dank.